ja servus freunde hier bin ich wieder richtig hier ist immer noch euer mann der es leben kann hier ist euer gute launewoll und schön dass ihr wieder da seid und wenn ihr diesen hintergrund erkennt ja so mancher wird jetzt freudendränen in den augen haben oder gänsehaut ich weiß nicht denn hinter mir sieht man das bekannte allzeits bekannte schöne rössle das hat es wieder hervorragend raus gehämmert geputzt sozusagen und ich zeige es euch mal hier da steht sogar und das kann ich auch sagen mein tipp rössle seit 1978 junge 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 ich bin 1980 geboren als er freunde doch schon rössle hat von tradition in der weilt auf der der straße und richtig wir sind in ostelzheim und wir sind nicht irgendwo in ostelzheim sondern wir sind am platz der plätze ja die ostelzheimer wissen es früher war es schotter jetzt wird es immer origineller sogar parkplatz striche gibt es jetzt mittlerweile also es richtig richtig geil geworden ja das hier ist übrigens weinschlitten also wenn ihr das kennzeichen mal sehen sollte gesitzt kein unbekannter drin das sitze ich drin das ist der mann der unter laune freunde aber warum wir in ostelzheim sind und warum ausgerechnet in ostelzheim ja nicht nur wegen der traditionstunft ostelzheim nein da grüße ich übrigens alle servus seid gegrüßt ladies and gentlemen denn wir machen ja den maibaum contest und ob man da jetzt maibaum oder bürgenbaum dazu sagen kann oder ich würde es eher sagen in ostelzheim ist es und bleibt wahrscheinlich der narrenbaum auch im mai das ist der ostelzheims jetzt fast gesagt weihnachtsbaum nein es ist ja es ist der maibaum und für eine bürge ist recht gut gewachsen aber ja maibaum ist ja egal ob mai oder oder narrenbaum oder weihnachtsbaum auf jeden fall sind wir hier am platz der plätze da wo es traditionell ist da wo es schön ist da wo meine favoriten was die narretai betrifft zu hause ist das ist ostelzheim ich grüße euch wie gesagt alle ich hoffe ihr schaut zahlreich zu und manche haben jetzt sicherlich tränen in den augen nein nicht weil dieses video und bei dieser platz und so schrecklich ist nein freunden drin weil ich euch wieder einmal grüße ich hoffe es geht allen gut von euch und wir sehen uns denke ich dann bald wieder und dann feiern wir gemeinsam tolle tage und übrigens möchte ich dazu noch sagen es gibt auch eine junge junge dame die hat damals groß rum geschrien das ist meine katze wurde damals gefilmt hast ja das war nämlich genau hier da drüben also wenn du zusehen solltest dann fühlt die von mir gedrückt und geknüttelt und der rest ja ich grüße die ingrid wie gesagt wir sind am platz der plätze und ich komme irgendwann mal wieder zu euch zurück wenn hier dann das verbrennung spektakel stattfindet und ja so weit möchten wir noch gar nicht dran denken wir möchten die tradition natürlich weiterleben und erst mal aufleben lassen wieder und dies ja wenn ich wenn ich euren narrenbaum jetzt sage ich schon narrenbaum im mai wenn ich euren weihnachtsbaum da bin ich bin so hin und weg hier von östlich heim nein ich schneide es nicht raus mein versprecher wenn ich euren maibaum sehe freunde so rum wenn ich euren maibaum sehe hier am traditionsplatz dann ist es eben so wie es ist es ist es ist kein narrenbaum es ist kein weihnachtsbaum es ist vielleicht ein schlimmer traum nein reingelegt ja es ist ein toller baum das wollte ich sagen und wenn ich dann das röstlitter im sonnenlicht sehe ja mein gott das ist doch toll der keck der fährt nun weg ja und ich bin auch mal wieder weg und sage freunde der narrettei mach uns gut servus ich grüße alle ob groß ob klein hier in ostelzheim und das karussell das dreht sich weiter immer weiter immer schneller und ich bin mal weg denn da oben wird es jetzt heller servus pipi ich habe euch lieb das war wieder mal ein video für euch und wir sehen uns beim nächsten und wo es mich jetzt hin schlägt keine ahnung aber wir machen weiter servus macht es gut pipi ich habe euch lieb servus